Das war das erste Spiel für eine Rückrunde gegen Erntal. Wir haben es nicht ganz so gut gemacht. Wir haben jetzt noch einen Rückstand mit einem Elfmeter. Wir haben noch 2-0 gekriegt und dann ist es für uns noch schwerer geworden. Tom Echt hat dann mit dem Freistoß in den Anschlussreifer geschossen. Die Runde hat es nicht mehr gereicht und jetzt müssen wir ein Spiel anhacken, die in der Runde gut analysieren. Und dann in der restlichen Rückrunde insordentlich vorbereiten und ein ordentliches Rückrunde spielen. Ich wünsche Ihnen allen noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann gibts ein Like und wenn nicht, dann ein Dislike. Und somit in allen nochmal schöne Ferien und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.